Frohe Weihnachten, Freunde. Oh, ich bin in der falschen Zeit gelandet. Ich dachte, ihr wärt auch im Dezember 2020. Ich wollte euch nicht spoilern, aber es kommt dieses Jahr noch eine Menge auf euch zu. Aber zuerst starten wir heute mit einem neuen Tonja-Video, was auch wieder richtig krass wird. Viel Spaß. Yo, was geht denn? Willkommen zu einem neuen Tonja-Video. Video. Leute, wir haben uns gedacht, in letzter Zeit ist so viel Action auf unserem Channel, so viele Bam-Bam-Bam-Effekte, so viele aggressive Videos. Und eigentlich, Nia, wenn man zurückdenkt, haben wir eigentlich viele Videos immer auch gemacht, die auch mal etwas ruhiger waren. Genau, auf entspannt. Genau, wo man sich mal Zeit nimmt, durchzuatmen, gemeinsam isst. Deswegen, Leute, holt euch gerne was zu essen und wir essen heute gemeinsam. Macht kurz Pause, macht euch Burger, Döner oder einen... Ich hab außerdem gedacht, während wir jetzt essen, Nia, das ist ja vielleicht ganz schön, wenn mal so ein bisschen auf den Kanal zurück zu blicken, auch mal auf Turnier zu schauen, was eigentlich so über die letzten Jahre passiert ist. Und ich meine, wir haben uns schon ein bisschen verändert auch, ne? Ja, wenn man so durchguckt, so, da ist mal die Haarfarbe, dann kommt mal die Haarfarbe. Haarfarbenwechsel gab es auch viele. Deswegen hab ich gedacht, gucken wir vielleicht einfach mal in ein paar alte Videos von uns rein, um so ein bisschen zu sehen, was sich verändert hat. Ich hab das Gefühl, damals waren wir so... Waren wir da nicht noch energetischer? Teils, aber wir waren auch noch sehr rein, unversaut. Spaß. Als allererstes Video schauen wir gemeinsam, so haben wir uns kennengelernt. Storytime. Boah, ich hab voll Angst, dieses Video zu gucken. Ich wünsch bei sowas immer hart weg. Handmail hier einmal eingeblendet, Leute, damit ihr seht, was Nia damals für ein Genius war mit dem Handmail. Braa, was geht, Leute? Und willkommen zu To-Nia. Du hattest auch To-Nia gesagt. Sorry. Jo, willkommen zu To-Nia. Und ja, krass, wir haben damals schon dieses Ding eingeführt mit To-Nia. Feierbar? Nach wie vor... ...normal. Auf heute wollen wir darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Weil viele von euch haben das schon mal erfragt. Wir wollten das gerne mal wissen. Friendscout24. Genau. Wir wollten gerne mal wissen, wie wir uns kennengelernt haben. Nia, willst du mal vielleicht anfangen zu erzählen? Vor langer, langer Zeit... Okay, Leute, das war irgendwann im Sommer vor langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht, vor sechs Jahren oder so. Da war ich mit dem lieben Atomibu unterwegs. Wie lang ist das eigentlich mittlerweile her? Wann war das Video? Das war 2017. Das Video war 2017. Was? Warte mal. Wann haben wir uns kennengelernt? In welchem Jahr? Ich weiß das nicht mehr. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Ich glaube, 2012. 2012. Schau mal. In der Hometown, in der Stadt und einer Freundin. In meiner Hometown war da so ein Stadtfest. Und da war ich halt ein bisschen so spazieren mit dem lieben Arthur. Und da habe ich gedacht, komm, wir gehen da mal drüber, schauen uns mal, was da so abgeht. Und dann ganz plötzlich sind wir so gegangen. Und jetzt aus meiner Perspektive. Ich war damals nämlich auch bei diesem Straßenfest. Was mir auch gefallen ist, ich trage dieselbe Kappe wie in einem Video. Wow! Witzig. Tja, W.O.W. wird nie alt. Ich saß mit ein paar Freunden da an der Straße und wir haben irgendwie so ein bisschen Musik gemacht. Und dann habe ich auf einmal gesehen, wie Arthur, Nia und diese Freundin an mir vorbeigegangen sind. Und ich kannte dieses Mädchen. Und zwar hatte die mir ganz damals mal auf YouTube geschrieben, dass sie irgendwie meine Musik mochte. Ich habe damals mal Musikcover auf YouTube hochgeladen. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Vielleicht zeigen wir die euch irgendwann mal hier. Ja, und ich kannte dieses Mädchen auch und bin dann hinterher und habe gesagt, ey, wir haben uns doch noch nie gesehen, aber ich kenne dich. Und ich wusste, dass die das ist. An dieser Stelle, liebe Grüße an Laura. Voll crazy manchmal, wie man so, über was für Wege Verbindungen entstehen. Jetzt mal no joke, Leute. Schaut mal vielleicht auch auf eure Sachen so zurück. Wie habt ihr diese Person kennengelernt? Wie wurde das connected? Und was manchmal für Zufälle miteinander spielen so, dafür, dass sich das ganze Leben auf einmal so verändert. Muss man überlegen. Wenn die nicht da gewesen wäre, dich nicht erkannt hätte oder umgekehrt, wären wir jetzt nicht hier. True. Wahrscheinlich. True. Das ist voll krank. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Und sie hat mir dann Nia und Arthur vorgestellt. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt ein neues Musikvideo haben. Und Nia hat dann seine Hilfe angeboten. Der meinte, er könnte... Ich hatte damals eine Band. Warte mal, haben wir das da... Haben wir gerade... Hab ich das gerade da erzählt? Ich habe gerade... Ich weiß nicht. Ne, davor nicht. Hab ich nicht erzählt extra, ne? Zu der Zeit habe ich nichts darüber gesagt. Das ist voll crazy, Leute, wenn man darauf zurückblickt. Weil zu der Zeit saß mir von damals noch eine Geschichte sehr, sehr tief, so, die ich nicht mal mehr erwähnen wollte. Weil es mir so... Ja, weil es so ein schwieriger Moment für mich damals war. Aber um jetzt mal hier so diese Whole Story zu erzählen. Es war so, dass ich, wie gesagt, dieses Mädel erkannt habe. Und als dann dieses Mädel gesagt hat, Yo, hier, die machen YouTube und so. Voll cool, die könnten bestimmt ein cooles Video drehen. Und Nia hat sich direkt angeboten, ne? Habe ich direkt meinen Kumpel von meiner Band damals geholt. Habe so gesagt, yo, komm mal rüber, so, wir singen denen vor. Dann habe ich mit meinem Kumpel damals den da a cappella-mäßig so was vorgesungen. Weißt du noch, welcher Song es war? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich glaube... Vielleicht kommst du, wenn du... Vielleicht weißt du es noch, weißt du nicht mehr? Ich weiß noch. War es irgendwie sowas wie Let Me Love You oder so? Nein. Oder irgendwas von Justin Bieber? Nein. Oder Pumped Up Kick. Ja, richtig. Oh mein Gott. Das war es. Richtig gut. Ich erinnere mich an die Harmonien. Ja, genau. Das war cool. Cool Film und würde mich da unterstützen. Und darüber habe ich mich dann mega gefreut und so kamen wir das erste Mal in Kontakt. Und dann, keine Ahnung, ein paar Tage später haben wir das dann auch gedreht, ne? Wie war das denn? Ja, so ein paar Tage später oder so sind wir dann alles so langsam angegangen. Ein paar Treffen, alles gedreht, durchs das und dann ist das zusammengekommen. Aber man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht ansatzweise so eine Bindung so. Das war so, wir haben uns so gut verstanden, aber es war nicht so, dass wir so mega dicke waren. Nee, da zu der Zeit noch nicht so. Das Ding war, das kann ich auch noch dazu sagen. Habe ich dir das eigentlich mal erzählt? Klapp schon. Das Ding ist, wie du weißt, was ich sagen will. Das Ding ist, dass ich halt damals diese Band hatte und die fanden Nia und so auch cool, aber trotzdem haben die so von so einem anderen Blickwinkel so da rauf geguckt und haben so, ja, der macht seinen YouTube-Shit da so, ne? Ja. So ein bisschen so sehr belächelt und so. Das finde ich immer ganz interessant, besonders, wenn man jetzt mal auf die Perspektive guckt, wo wir jetzt gerade sind mit YouTube, ne? Ich stelle mir vor, dass auch viele andere, die außerhalb sind, die gar keinen Plan von diesem ganzen Thema haben, auch so einen komischen Blickwinkel vielleicht auf diese Szene haben und auch auf uns zum Beispiel oder auf andere Creator. Ja, ich habe auch sehr voreingenommen einfach so. Extrem voreingenommen, extrem voreingenommen. Wir haben mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so, also natürlich schon, aber vielleicht ist dieser Spalt einfach ein bisschen krasser geworden, dass mehr Leute das akzeptieren, aber gleichzeitig die Leute, die davon keinen Plan haben, noch schräger drauf gucken, glaube ich. Dieser Wandel ist schon extrem. Aber ich habe damals auch schon, das habe ich dir auch schon mal erzählt, dieses, ich habe da auch gar nicht in meiner Heimatstadt gewohnt zu der Zeit und immer, wenn ich dann da war, habe ich mich dann gefreut, wenn du da warst, dann haben wir immer was direkt gemacht. Also ich mochte die anderen zwar auch so, die waren immer nett und so, aber mit dir habe ich immer, immer was gemacht. Mhm. Das war auch immer cool. Das Ding ist, mir war es immer relativ wichtig, nicht nur in einem Kreis zu tun zu haben, weil ich habe das Gefühl, wenn man in so einer Clique die ganze Zeit nur hängt, dann kann man so in vielen Dingen so komische Energien aufbauen. Naja. Naja. Wir von Spaced Out wollten wissen, in welchen Situationen euch unsere Produkte schon weitergeholfen haben. Das Ergebnis war wie erwartet nur positiv. Beim Autokauf. Ich kann Ihnen das Auto nicht verkaufen. Ich habe mir was bei Spaced Out bestellt. Perfekt, das Auto gehört Ihnen. Bei Vorstellungsgesprächen. Also Sie wissen ja, ohne Abschluss ist es schwer, sich irgendwo zu bewerben, gerade als Chefarzt. Das funktioniert leider nicht. Ja, das ist richtig, aber ich habe mir was bei Spaced Out bestellt. Ach, na, wenn das so ist, willkommen an Bord. Selbst bei einer großen amerikanischen Pressekonferenz im Weißen Haus hat man uns zugestimmt. Spaced Out ist gar nicht so bequem. Das ist eine Lüge. Besorgen Sie dem Herrn was von Spaced Out. Nein, keine weiteren Fragen. Eindeutiger geht es kaum. Schlag noch heute zu und sichere dir den neuen Blue Dreams Hoodie. Einmal getragen und man will es nie wieder ausziehen. Spaced Out Klo.de Ich fand es zwar immer so mega nice, es war halt echt immer wirklich mega nice, wenn man sich zusammen getroffen hat so. Und das wurde halt dann immer mehr so. Ich habe auch öfter so, wenn ich unterwegs war oder so, war nicht in meiner Stadt, weil Tony hat ja dort auch gewohnt. Da habe ich mich halt immer so gefreut, wenn ich wieder zurückkam, dann habe ich dann direkt Tony geschrieben. Ich weiß noch einmal, irgendwas war da, eine Party oder sowas und dann war ich da auch und da habe ich getrunken und es war gar nicht so lange, aber dann bin ich danach nach Hause. Ich weiß noch, was du meinst. Und dann bin ich im Ballzimmer eingeschlafen. Also wir haben uns gut verstanden, aber es war noch nicht so wirklich deep. Weißt du noch, als wir damals so ein Video auf deinem Kanal gedreht haben, wo ich dieses Batman-Oberteil anhab? Ja. Das ist auch nicht gelistet, ne? Ja. Boah Leute, wenn ihr Bock habt. Das Video ist so cringe, wir haben da mit Victor darauf reagiert. Das Video ist so interessant. Das ist aber eigentlich eigentlich eigentlich. Aber das gibt es auf dem Tonya-Channel, Leute. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde uns mal, glaube ich, interessieren. Zumindest? Ein bisschen. Ich muss sagen, mich macht das irgendwie voll glücklich, so zurückzuschauen, so auf diese Zeit. Ich weiß noch ganz genau, wie wir damals so das erste Mal so diese Ideen hatten für diesen Tonya-Kanal. Schon crazy so. An der Stelle auch so. Kann man nochmal ganz großes Dankeschön an Victor aussprechen. Egal, was damals passiert ist so. Im Endeffekt hat er mir auf jeden Fall und du mir ja auch. so diesen Weg in diese YouTube-Welt gezeigt. Weil ich hatte grundsätzlich zu Anfang gar nicht so diesen Ansatz, dass ich irgendwie unbedingt YouTube-Videos machen möchte. Musik vielleicht, aber keine Ahnung. Und ihr beide habt mich da echt gut so reingepusht, hab gesagt, ey komm, mach. Mach einfach, bockt und so. Das war aber, ehrlich gesagt, war das gar nicht, das war null unsere Intention damals auch mit Victor-Videos zu machen. So, wir haben nicht gesagt, jo, lass Videos zusammen machen. Sondern wir haben mit Victor halt immer gechillt, war halt immer cool. Und dann haben wir einfach zusammen überlegt, weil Victor auf seinem Kanal nicht mehr wusste, wie er jetzt weitermachen soll, irgendwas Neues gesucht hat. Und dann hatten wir uns zusammengetan und haben gesagt, ja, vielleicht kann man ja sowas mal probieren, dir ein bisschen helfen dabei. Das ging so ein bisschen um. Dadurch, dass wir halt privat, glaube ich, so ein funny grind hatten, so, haben wir gedacht, vielleicht kann man das ja auch auf so seine Videos so übertragen. Aber man muss ehrlich sagen, hat halt nicht so gut funktioniert, weil in Reel sind wir tausendmal lustiger. Nee, aber ich hab wirklich, es gibt voll viele Leute, die auf Video nur halb so witzig sind. Nicht todesunlustig, aber halt nur, wirklich nur halb so witzig. Das beste Beispiel, Leute, das wirklich, das beste Beispiel meiner Meinung nach ist Danergy dafür. Real Danergy ist meiner Meinung nach privat übelst Lachkick, also wirklich auf diesem anderen Lachkick-Level so. Ich sag nicht, dass ich seine Videos nicht gut finde oder so, aber trotzdem kommt das Video-Ding nicht an das Reel ran, so. Ich kenn auch jemanden. Simon. Simon Unge. Achso. Ja, true. True. Der ist halt wirklich, ich weiß, woran es liegt, aber der erzählt die ganzen Witze. Ich würde uns auf jeden Fall mal mega interessieren, schreibt das mal unten rum. Ja, und das war eigentlich so die Grundgeschichte, wir haben uns auf dem Straßenfest kennengelernt und dann mit der Zeit immer öfter getroffen, immer mehr zusammen gemacht und ja, irgendwie haben wir uns dann etwas mehr gemocht. Ja. Turnier ist aber auch... Ja, Leute. Wo war deiner Meinung nach dieser Punkt, wo unsere Freundschaft für dich so dieses Next Level so erreicht hat? Weil für mich war das, also für mein Empfinden war das immer relativ klar, aber ich weiß ja nicht, wie das von deiner Seite aus war, ab welchem Punkt das war. Ich weiß genau, wo dieser Punkt war für mich. Ich glaube, ich weiß es nicht so hundertprozentig, also ich würde halt schon sagen, dass mir das halt schon, also ich schon sehr früh gemerkt habe, dass das schon sehr ehrlich ist und so von dir. Und das halt natürlich auch voll heraussticht von anderen zum Beispiel, von der Band und so. Aber ich glaube, das war so in der Zeit, wo so richtig, wo es halt in der Hometown quasi so scheiße ablief. Ja, true. So, da habe ich das gemerkt. Ja, genau so was bei mir eigentlich auch. Ganz kurz zur Erklärung, Leute. Ich hatte damals halt voll die heavy Phase so, wo halt diese Sache mit der Band halt schlimm geendet ist für mich so und ich gleichzeitig auch dann mit meiner damaligen Freundin Schluss hatte, mit der ich zwei Jahre oder so zusammen war und das hat mich alles gekillt. Ich war auf einmal in so einer Stadt, wo ich so meinen Main-Fokus verloren habe und so echt in meine depressivste Phase, in der ich bis jetzt jemals war, so gestürzt bin. Es war voll nice, dass Nia so in der Zeit so krass für mich da war. Ich erinnere mich noch so daran, ich wollte mich einmal so nachts so übelst wegsaufen so. Ja, ich habe mir so eine Flasche Jäger-Meister gehabt, stand es auf der Straße. Das war übelst die scheiß Situation, weil ich schwöre euch, ich wusste nicht, bei wem ich mich melden sollte. Das war richtig schlimm. Was hast du? Ja, ich denke gerade an die Situation. Da saßt du irgendwie im Auto und dann so, jo, ich habe diese Jäger-Meister-Flasche dabei. Das war schon irgendwie, war schon cool. Nein, das ist natürlich nicht cool so, aber wenn man so zurückdenkt. Wenn man zurückblickt, ist es einfach eine schöne Erinnerung, weil Nia halt so instant für mich da war, so mitten in der Nacht hat er mich abgeholt und so. Und da hat sich so unsere Freundschaft so voll vertieft. Voll nice. Deswegen hat mir das Konzept des Kanals auch immer voll gefallen, weil es einfach so auf unserer Freundschaft gesettelt ist. Da sind doch diese Vitamin-D-Tabletten dabei. Aber Nia hat natürlich nichts getrunken, ne? Nö. Hab ich noch nie beim Auto fahren. Sollte ich dir auch nicht machen. Boah ey, ganz grittlich. Ja, okay, also natürlich muss man jetzt einfach mal ehrlich sagen, natürlich soll man das nicht machen. Ich hab's aber schon mal gemacht, aber nicht, weil ich betrunken war oder sonst irgendwas. Also nicht nach dem Motto, ich konnte mich nicht mehr kontrollieren, sondern ich hab was getrunken und ich hab nichts mehr gespürt. Also nicht, dass ich so gelebt habe. Nichts gespürt und dann bin ich noch gefahren. Und dann sagt die Polizei so, ach so, sie haben nichts gespürt. Und dann? Ich hab mich ja mal real gefragt, ob das nicht irgendwie so gestreckte Alkohol gewesen ist oder so, wo gar nichts drin war. Nur ganz kurz, um für euch so ein paar kleine Details so zu droppen. No joke, Leute, wir haben für voll viele alte Videos eigentlich noch so nicere Background-Stories, so, die wir aber bis jetzt nie erzählt haben, weil halt es noch zu nah in dem Moment war so von dieser... Ja, wie sagt man das? Es war noch zu real in dem Moment gefühlt. Genau, wenn wir in dem Moment gesagt hätten, was passiert ist, wüsste jeder, was... Vielleicht nicht jeder, aber einige wissen, wer gemeint ist. Bloß wird auf uns zurückgefallen. Auch wenn es nichts Negatives ist, aber es ist eigentlich nicht cool gewesen. Vielleicht... Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Background-Stories. Wenn ihr Bock habt, dass wir mal nochmal so was machen, dass wir irgendwie uns alte Videos anschauen, euch dazu noch ein paar detailreichere Stories erzählen, dann droppt das gerne in die Kommentare. Und gerne auch, äh, was für eine Story oder so. Oh, ja stimmt. Wenn ihr sagt, so, yo, dieses ist eine Video von damals, da habe ich mal gehört, dass da so was war. Erzähl mal Story. Es gibt auch Momente, da mussten wir Sachen rausschneiden. Dazu kann man halt voll viel eigentlich erzählen, ne? Lasst uns in den Kommentaren wissen, außerdem, wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne ein Like, da würden wir uns darüber freuen. Wenn ihr diese ruhigeren Videos feiert, dann lasst uns das wissen, dann können wir sowas öfter machen, weil ich bin real, ich möchte gern wieder auch so ein bisschen dahin, dass wir solche Videos machen. Dass wir einfach wirklich uns hinsetzen, alles etwas runterfahren, dieses, weil man muss sagen, nur, ich hab noch nichts und so, sind die ganze Zeit Max und bum 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 bum. Und es stimmt schon, dass es dann vielleicht manchmal ein bisschen angenehmer ist, zum Beispiel, wenn man zu Abend ist oder so, sich dann so ein Video anzugucken, was so ein bisschen ruhiger auch ist. Ich hoffe, euch hat es geschmeckt, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch wirklich was gegessen. Es ist immer wichtig, genug zu essen und zu trinken. Ich hab getrunken. Also, Getränke, kein Alkohol. Das war's für dieses To-Nia-Video.